...Mistro Torus mit der Helmfarbe Weiß, Tobias Busch und ganz außen stehen mit der Helmfarbe Gelb Dominik Möser für den MSC Klockenburg. So, letzter Hint des heutigen Tages. So, die Fahrer ziehen vor Zugstart für den letzten Lauf. Jetzt starten wir uns auf jeden Fall. Are you ready for the ride? Ohne Nacht, die Fahrer sind groß, die Gräser. Es wird spannend hier. Wir müssen auf den Passport an, in den Jungs, jetzt kommt aber aus ganz. Das ist nicht so, dass alles überhaupt nicht mehr so ist, und hier muss eigentlich eigentlich, wenn er den Street betrifft, in das Schnelle. So, es geht das Ziel. So, es geht das Ziel.